Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie mal pressiert und Sie trotzdem schnell etwas Feines essen möchten, oder wenn unerwartet Besuch kommt und man nicht mehr grosse Zeit hat zum Einkaufen, oder wenn Sie ganz einfach wieder mal schandbar Lust auf feine Teigwaren haben, dann heisst meine Antwort die Früchteigwaren wie hausgemacht, die in wenigen Minuten parat sind. Es gibt sie als Ravioli und Tortelloni und je nachdem, wie Sie es lieber haben, mit Fleisch, Käse und Ricotta-Spinatfüllung. Dazu haben unsere Spezialisten auch gerade noch verschiedene feine Soßen entwickelt. Schauen Sie doch zusammen mit mir, was Konsumentinnen, die Sie probiert haben, dazu meinen. Entschuldigung, Sie probieren gerade die neue Trittöre, Tortelloni. Was sagen Sie dazu? Fantastisch, al dente. Vor allem der rote Teig mit den Gemischstöckchen, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Und auch die Füllung, das brauche ich selber nicht an. Und was halten Sie von der neuen Soße? Die Bolognese und die Carbonara sind sehr gut. Aber für mich ist die Nummer eins die Pesto. Wenn ich die selber machen müsste, glaube ich, ich habe den ganzen Tag dran. Bolognese, Carbonara oder die Pesto-Soße. Es kommt halt auf den persönlichen Geschmack an. Nach jeder Mahlzeit oder nach jedem Snack bilden sich Säuren, die den Zahnschmelz angreifen und Karies verursachen. Das heisst, der pH-Wert sinkt in Karies verursachenden Bereich ab. Der Spezialkaugummi V6 neutralisiert minutenschnell die Säuren, die Karies verursachen. Das heisst, der pH-Wert steigt wieder in neutralen Bereich an. V6 empfiehlt sich also immer dann, wenn er keine Zahnbürste zur Hand ist. Nach jedem Essen werden Ihre Zähne von Säuren angegriffen. V6 mit aktivem Wirkstoff neutralisiert minutenschnell die Säuren, die Karies verursachen. Wenn Sie Ihre Zahnbürste nicht bei der Hand haben, kauen Sie V6. Den Spezialkaugummi V6 kommen Sie jetzt neu bei GOP im Zahnpflegsortiment über. Es gibt sie rund- oder viereckig und sie sind immer schön frisch und knusprig. Sie haben sicher verraten, die Wernli-Biscuit. Wenn man daran riecht, wird es fast strömmelig. Es gibt runde und viereckige. Jetzt habe ich gerade eines gegessen. Und ganz schön frisch und knusprig sind sie. Ich mache immer die Augen zu dabei. Man hat es einfach gerne. Es gibt sie gefüllt und als Herzli. Wernli-Biscuit. Garantiert frisch. Eine prächtige Balkon- oder Fensterbepflanzung verschönert nicht nur das Haus und die Wohnung. Sie bereitet einem selber und allen Passanten den ganzen Sommer durch viel Freude. Zu der liebevollen Pflege von so einer üppigen Blütenpracht gehört allerdings auch die richtige Ernährung. Substral, die bewährte Pflanzennahrung für Zimmer- und Balkonpflanzen. Machen sie es darum wie Gärtner und gießen sie jedes Mal mit Substral für natürlich schöne Pflanzen. Substral sucht übrigens den Sommer den schönsten Blumenbalkon. Machen sie mit bei diesem Wettbewerb. Es gibt tolle Reisen zu gewinnen. Und wie jede Woche gerade anschliessend noch ein Hinweis auf ein paar besonders lohnende Aktionsangebote. Ein Kilobund ausländische Spargel kostet bei Coop nur 6,80. Und alle Tamtamflans gibt es im Quattropack für nur 1,60. Zwei Mozzarella Mario kommen sie über für nur 3,90. Ausserdem offerieren wir ihnen diesen verstellbaren Gartenleinstuhl mit Küsse für ganze 69 Franken. Und der Küchenchef vom Coop-Restaurant offeriert ihnen diese Woche ein Schweinscordon bleu mit Pommes frites und glasierten Rüeblis für nur 9,90. Auch bei diesen Aktionen kann man im Schnitt wieder 20-25% sparen. Geld, das sie sicher sonst gut brauchen können. Zum Beispiel für eine schöne Reise. Die Spezialisten von Coop Extra Reisen haben für sie faszinierende Destinationen entdeckt und unschlagbare Reiseangebote für jedes Budget zusammengestellt. Informationen und Buchungen über das Gratistelefon 155 11 14. Anrufen lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt nämlich tolle Reisen zu gewinnen. Das war's für heute. Am nächsten Mittwoch informieren wir sie über die neue NaturaLine Textilien, die jetzt bei Coop erhältlich sind. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020